Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, die hier auch jetzt live zuschauen und alle anderen, die unsere heutige Besprechung im Nachgang über die Aufzeichnung schauen. Ich hoffe, jeder hatte ein schönes und entspanntes Weihnachtsfest nach seinem Geschmack. Heute geht es in die täglichen Handelsideen in einer etwas anderen Art und Weise. Wir schauen heute nicht auf drei spezielle Märkte, sondern ich habe mich dafür entschieden, weil wir auch immer wieder das Thema Jahresplanung auf dem Schirm haben. Gerade zum Anfang des Jahres heißt es ja oft, wo geht denn der DAX hin? Habe ich eine kleine Analyse zum DAX geschrieben, wo wir einfach mal darüber schauen, wie kann sich denn unser Index hier in Deutschland möglicherweise im neuen Jahr entwickeln. Christian, einen wunderschönen guten Morgen. Wie kann er sich entwickeln? Was kann auf uns warten? Das Ganze hier heute an dieser Stelle ähnliches werde ich morgen noch mit einem zweiten Index machen. Muss ich mal schauen, welchen ich nehme. Interessante Werte gibt es ja immer wieder hier an dieser Stelle zu betrachten oder auch den Ölmarkt. Wer mag, kann mir hier gerne auch einen Vorschlag in die entsprechenden Foren schreiben. Da kann ich mir das Ganze gerne auch einmal mit auf die Uhr nehmen. Aber heute geht es hier in die große Analyse vom DAX hinein. Wir schauen vorab natürlich wie immer in den Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Das heißt an dieser Stelle bitte das Ganze hier nicht als Finanzberatung sehen, sondern anschließend einfach als Veranschaulichung und Weiterbildung nutzen. Diese ganzen Dinge, die wir hier miteinander auch besprechen. Ja, Weihnachten ist vorüber. Ein paar Nachrichten gibt es dieses Jahr auch. Eine wichtige Nachricht habe ich vorhin auch direkt noch gelesen. Nachrichten aus den USA wird es dieses Jahr nicht geben, weil es ist Haushaltssperre. Mal wieder, man kann fast Sachen alle Jahre wieder. Das Thema kommt ja regelmäßig auf den Schirm, wenn es da im Haushaltsstreit in den USA keine Einigung gibt, was die Budgets angeht. Da haben wir es stehen. Keine US-Wirtschaftsdaten während der Haushaltssperre. Schauen wir mal, wie lang das geht. Auf alle Fälle wäre heute einiges geplant gewesen. Aber da wir die nicht bekommen, würde ich sagen, fällt das aus. Erstanträge, Conference Board, Verbrauchervertrauen, Verkauf, neue Häuser, API, Rohöl-Lagersbestände. Mal gucken, was kommt. Theoretisch dürfte nichts kommen. 10 Uhr aus der Eurozone hier. Der Monatsbericht der EZB hier mit zwei Bullenköpfen. Ist immer interessant, was drinsteht, ob es große Auswirkungen auf den aktuellen Verlauf haben wird. Man weiß es nicht genau. Aber mit Blick auf die Märkte weiß man schon mal eines, wenn wir uns das mal anschauen. Hier sehen wir mal den Chart vom Dow Jones. Hier war Schluss am Vorheiligabend. Hier macht der Markt heute auf. Ich muss sagen, da ist schon ein richtiger Rutsch nach oben gekommen. Woran liegt es? Es gab ein paar... Wie soll man das jetzt sagen? Ich sage mal so. Trump hat ja ein bisschen getwittert. Es ging ein bisschen um den Paul. Jetzt heißt es, Paul bleibt, wo er ist. Er macht seinen Job gut. Also von der Seite her. Es ist wieder mal ein bisschen hin und her. Es ist getrieben durch gute Nachrichten. Dieses große Gap entstanden. Interessant und wichtig ist natürlich, was jetzt kommt. Was macht der Markt aus diesem Muster? Man muss auch sagen, die Umsätze sind sehr, sehr, sehr dünn. Wir haben sozusagen jetzt zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr, da sind viele Händler entsprechend im Urlaub. Da ist nicht so viel, was wir hier an diesen Stellen marktbewegendes haben. Von der Seite her ist es interessant, was wir sehen. Ohne Probleme. Man sieht es ja hier. Der letzte Lauf war ziemlich tief. Es kann auch ohne Probleme hier noch ein Stück weit nach oben mitgehen. Kann, muss aber nicht sein. Von der Seite her. Spannend, wenn der Markt gleich wieder abverkauft. Wenn es ein bisschen höher geht, kann man es auch annehmen. Wichtig ist halt eins, die Zeiteinheiten müssen mitspielen. Und wir stehen jetzt hier oben. Ja, man sieht es wie angenagelt hier bei der knapp 22.900 Punkte Marke hier oben. Also 800, 900 Punkte in diesem Bereich. Das sehen wir hier im US. Und das kann man auch ganz genau auf den anderen Indizes schauen. Wenn wir uns das ganze Bild mal ansehen, kann man beim S&P das gleiche Bild sehen. Denn man sieht das gleiche Bild auch beim technologielastischen Index hier. Zack, bam, riesen Gap nach oben gerissen. Und im DAX sieht das Ganze ja nicht ganz so stark aus. Sie haben auch ein kleines Gap, aber bei Weitem nicht in dem Ausmaß, wie wir es hier an dieser Stelle in den US-Märkten dann auch haben. Das also hier mal zur kleinen Schau in die Indizes rein. Gucken wir nochmal auf den wichtigsten Markt hier, den Euro. Da sehen wir auch ein relatives Verhalten. Also das ist jetzt nicht so massiv, wie wir das in den USA sehen, was wir dort an Sprüngen haben. Sondern hier läuft alles in relativ ruhigen Bahnen ab. Man merkt, es ist halt die Weihnachtszeit bzw. die Zeit um den Jahreswechsel, wo entsprechend auch viele Händler fehlen, um hier nachhaltig für, ja sag ich mal, Kursbewegung zu sorgen. Es können auch wenige Händler für nachhaltige Kursbewegung sorgen. Aber wie lange das dann bleibt, wenn die Händler dann wieder an Bord sind. Das wird sich dann zeigen. Das müssen wir abwarten. Aber wir können ja in Ruhe planen. Da geht es übrigens morgen auch im edukativen Part darum. Ich habe auf der World of Trading einen Vortrag gehalten, wie man denn so eine Jahresplanung auch anstellen kann. Oder generell eine Planung in verschiedenen Charts, in verschiedenen Instrumenten. Das werde ich dann morgen auch hier an dieser Stelle für all diejenigen, die nicht auf der World of Trading sein konnten, noch einmal live wiederholen. Was da wichtige Stellschrauben sind, worauf man hier unbedingt bei so einer Jahresplanung achten sollte. Ich würde sagen, wir gehen dann mal direkt in die großen Bilder des DAX hinein. Ich habe es ja geschrieben. Wir machen eine richtig schöne, große Analyse hier des deutschen Aktienindex einmal. Und die habe ich hier auf Wochenbasis entsprechend auch mal gestartet. Das heißt also hier in diesem Falle gehen wir einfach mal dort hinein, wo das große Bild anfängt. Und da sehen wir halt einen Markt, der, wie soll ich sagen, wenn man es noch etwas enger zusammendrückt. Na, das war ein bisschen viel hier an dieser Stelle. Also, auch wenn das jetzt für den einen oder anderen sich ein bisschen komisch anhört oder komisch anfühlt. Das ist jetzt ein sehr, sehr, sehr langes Bild, was ich hier über die ganze Schablone gelegt habe. Hier schauen wir mal diesen großen, großen, großen Trend, den ich hier grün eingezeichnet habe. Wohlgemerkt, dass es jetzt auf Wochenbasis ist. Ja, das heißt, wir sprechen hier wirklich auf einer langen, langen Zeitebene in einer sehr, sehr großen Zeiteinheit. Also, das ist nichts, wo jetzt ein kleiner, kurzfristiger Trader sozusagen, also jemand, der in den kleinen Zeiteinheiten sich bewegt, der wird sich so ein Schadter wahrscheinlich gar nicht allzu oft angucken. Aber ich mache das Ganze trotzdem immer mal ganz gern, einfach um zu sehen, wo sind wir denn gerade verordnet. Weil die Order, die am Ende ins Orderbuch geht, hat ja nichts mit dem Zeitrahmen zu tun, sondern die steht einfach wegen einem Kauf- oder einem Verkaufwunsch dort drinnen. Und welche Intention der Käufer oder Verkäufer entsprechend hat, das bleibt hier natürlich immer dem einzelnen handelnden Akteur zugrunde liegen. Wir schauen hier mal ins große Bild und im großen Bild sehen wir weiterhin hier dieses große Grüne, was ich angezeichnet habe, einen intakten Aufwärtstrend, der läuft also schön nach oben. Was ich hier noch eingezeichnet habe, ist hier dieser grüne, dieser blau markierte Aufwärtstrend, der hier logischerweise den Bewegungsarm dargestellt hat. Und das, was wir hier momentan sehen, ist einfach die Korrektur dieses weit gelaufenen Trends, dieses Bewegungsarmes. Und der muss jetzt korrigiert werden. Und die Korrektur, sieht man hier, ist auch schon ein ganz schönes Stück weit fortgeschritten, ist mittlerweile hier auch in einem Bereich angekommen, hier zwischen 10.500 und 10.300 Punkten, dieses Spannungsband hier. Da haben wir hier drüben die Aufwärtstrend-Entstehung gehabt, das war in 2016. Hier sieht man das, da ging der Markt drüber, dann pendelte er eine Weile hier drinnen rum, immer wieder rein in diesen Bereich, dann wieder oben drüber. Und dann gab es diesen starken Schub, hier entsprechend auch mit nach oben gelaufen. Und das sind interessante Punkte, das sind interessante Marken, wo wir einfach sehen, da ist ein Spannungsbereich und da kann es durchaus auch zu einer Umkehr kommen. Ich sage mal mit Absicht auch, es kann durchaus zu einer Umkehr kommen. Wir sehen, wir sind hier tief korrigiert. Wir stehen hier, naja, bei einer Korrekturtiefe, muss man mal sagen, ich schätze mal bei 60, 70 Prozent irgendwo sind wir reingelaufen. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet. Ich habe einfach mal hier entsprechend den von mir angelegten Fibonacci reingelegt. Das heißt, ich gucke hier nicht mit diesem Werkzeug, was wir hier oben drinnen haben, hier dieses Fibonacci Retracement Tool. Ich schaue da nicht auf die eigenen einzelnen Fibonacci-Längen, sondern ich habe mir das so eingekreuzt oder eingeschrieben, dass ich hier die Korrekturtiefen sehen kann. Das heißt, für mich sind hier aus trendtechnischer Sicht Marken um 50 und 75 Prozent halt wichtig. Deswegen habe ich das Tool für mich an meine eigenen Bedürfnisse so angepasst. Und hier sehen wir halt gerade, wir sind weit reingelaufen in die Korrektur. Der ein oder andere Händler geht ja auch so vor, dass er blind in einen Markt einsteckt, ab einer bestimmten Korrekturtiefe, weil er sich sagt, okay, ich möchte hier entsprechend die Wiederaufnahme handeln, ohne irgendein Umkehrsignal. Da kann man solche Ansätze ganz gut nehmen. Wir schauen einfach mal in ein anderes Marktumfeld hier hinein. Manuel, Georg, schönen guten Morgen. Freut mich hier noch ein paar weitere Gesichter live auch zu sehen. Wir haben hier nach unten den Markt weiterlaufen. Hier, wir haben die 10.000 Punkte Marke, wir haben die 9.150 Punkte Marke und hier unten noch das letzte Tief dieses großen, großen Trends hier auf Wochenbasis bei 8.700 Punkten. Also all das sind Marken, wenn der Markt hier in diesem blau markierten Spannungsumfeld nicht hält und weiter nach oben läuft, die der Markt durchaus auch noch anlaufen kann. Das heißt, die muss man unbedingt noch auf der Agenda haben, auch für das Thema Planung in 2019. Wie kann es hier anfangen? Wie kann es hier weitergehen? Das große Bild zeigt uns hier schon noch ein paar Stellen, wo der Markt hinkorrigieren kann, ohne dass er jetzt komplett nach unten entsprechend auch wegbricht. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist einiges hier, was nach unten gelaufen ist. Wenn wir uns jetzt mal diesen rot markierten Pfad hier anschauen, dann sieht man halt, dass dieser Abwärtstrend Nummer 1 erst einmal logischerweise diesen Bewegungstrend gebrochen hat. Das ist ja leicht ersichtlich. Aber Nummer 2 sieht man auch, dass dieser Trend sehr, sehr, sehr weit in seiner Bewegung steht. Das heißt, hier gut und gerne sozusagen den Markt in weiter Bewegung hat. Und da kann es auch in solchen Abwärtstrendphasen immer mal wieder dazu kommen, dass wir auch deutlich nach oben korrigieren. Das ist ein ganz normales Geschehen. Auch in Bärenmarken gibt es manchmal Bullenphasen, die etwas länger anhalten. Das muss man einfach sehen, das muss man wissen. Und da sind häufig auch solche markanten Bereiche, wie wir sie jetzt hier haben, zwischen 10.500 und 10.300 Punkten sozusagen hier ausschlaggebend für solche Rallys innerhalb eines Bärenmarktes, die dann entsprechend nach oben laufen. Interessante Punkte, da kann man halt darauf achten. Und wenn man dort entsprechend die Signale bekommt, kann man hier entsprechend auch damit arbeiten. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal weg vom Wochenchart und gehen mal rein in den Tagesschart, weil man sieht ja auch sehr, sehr schön, dass man hier die Bewegung hat und den Trend dieser Bewegung, das ist das, was ich hier lila entsprechend markiert habe, das ist das, was wir auch im Tag sehen. Und deswegen schalte ich jetzt einfach mal um in den Tagesschart hinein. Und da blicken wir uns jetzt mal die letzte Bewegung hier dieses Trends an. Das heißt, wir haben ja hier diesen Abwärtstrend auf der Woche gerade gesehen. Erster Bewegungsarm Korrektur, zweiter Bewegungsarm. Hier ist der Trend entstanden. Trendbruch war natürlich schon deutlich früher. Der ist hier oben geschehen. Also hier sozusagen jetzt mal der Schub nach unten. Und das, was wir hier sehen, ist dieser abwärts laufende Trend. Man sieht ihn auch noch in untergeordneten Trendgrößen. Also hier fließt wirklich viel zusammen. Da muss man häufig nicht einmal die entsprechenden Märkte so im Detail klären, dass man hier noch in die Stunde reinschaut. Die wichtigen Sachen sieht man hier wirklich sehr, sehr, sehr schön im Tagesschat drin liegen. Und da sehen wir hier mit Blick auf diesen Trendverlauf, den wir hier entsprechend untergeordnet auch haben, dass der aktuelle Markt hier natürlich auch ordentlich weit in Bewegung steht. Hier unten auf der 10.584-Punkte-Marke haben wir gedreht erst einmal und laufen so ein kleines Stückchen nach oben. Hier muss man dann natürlich sehen, ob das Ganze nachhaltig ist. Wenn wir jetzt etwas in die Zukunft blicken und sagen, okay, es könnte unter Umständen jetzt doch einmal zu einer Korrektur kommen, dieses weit gelaufenen Trends auf der Woche, da würden wir dann natürlich Folgendes sehen. Das mache ich ganz kurz mal etwas größer hier an dieser Stelle. Da würden wir Folgendes sehen, dass wir hier, haben wir ja beispielsweise diesen untergeordneten Trendverlauf. Das heißt, hier liegt noch eine Trendgröße drunter. Ich zeichne das mal eben ganz kurz ein. Ich nehme mal kurz eine andere Farbe, dass wir das besser sehen können. So, was nehme ich für eine Farbe? Ich nehme hier einfach mal eine rote Farbe. Das sollte entsprechend zu sehen sein. Also hier haben wir untergeordnet einen Markt, der auch trendförmig verläuft. Dadurch sehen wir, dass zwei Trends in die gleiche Richtung laufen. Das ist immer sehr interessant zu sehen. So, hier hat man noch eine Bewegung. Dann gab es noch eine kleine Korrektur hier nach oben und dann hat es der Markt wieder nach unten fortgesetzt. So, und das, all das, was wir momentan sehen, also selbst wenn die Kurse jetzt hier nachhaltig ein Stück weit nach oben ansteigen, mit nachhaltig meine ich jetzt, dass man hier diese Kerze, die wir hier gerade sehen am Ende, dass die grün wird, beziehungsweise hier in diesem Fall, weil es hier ein Schwarz-Weiß-Chart ist, dass die Weiß würden sich nach oben ziehen. Dann haben wir hier als Anlaufpunkte im kurzfristigen Bereich natürlich erst einmal ein paar Tageshochs liegen. Das heißt hier, oh, so dick wollen wir das gar nicht haben. So, an dieser Stelle, die Tageshochs finden im kurzfristigen Bereich halt häufig mal, ja, sag ich mal, Beachtung. Das heißt, wir haben die Tageshochs hier liegen zwei relativ nah aneinander bei ungefähr 10.840 Punkten. Und dann haben wir hier, bevor wir oben an die 10.986 ran laufen, was das Hoch dieser Korrektur von diesem rot eingekennzeichneten Trend ist, da steht dann noch dazwischen hier das Tageshoch um die Marke von knapp 10.923 Punkten. Und wenn wir jetzt eine nachhaltige Gegenbewegung sehen wollen, dann muss der Markt erst einmal drüber. Das heißt, dann sehen wir jetzt hier unten drunter nicht nur ein bisschen Korrektur hier nach oben reinlaufen, sondern der Markt geht auch hier drüber und bricht wenigstens erst einmal diesen untergeordneten Trend. Und dann hat er natürlich das Potenzial, hier entsprechend weiter nach oben zu laufen. Das heißt, entweder er geht gleich mit einem Schub nach oben durch, wenn der Kaufdruck wirklich so extrem hoch ist. Da macht es dann Sinn, in die noch kleinere Zeiteinheit reinzuschauen. Das heißt, dann beispielsweise den Trend der Stunde zu handeln, wenn man wirklich so eine extreme Phase hat. Und solche Korrekturen, die laufen häufig auch mal mit Extremen ab, also so ganz starken Schüben nach oben. Da macht es dann Sinn, die kleineren Zeiteinheiten mit dazu zu nehmen. Da laufen wir drüber. Und Anlaufpunkte wären dann hier oben entsprechend die weiteren Marken, die wir hier sehen, wo wir sagen können, wer kommt denn hier nach uns entsprechend ins Spiel, wer kauft nach uns. Dann haben wir hier einmal dieses deutlich sichtbare Hoch hier bei 11.570 Punkten. Und dann als nächstes erst einmal hier die 11.700 Punkte Marke. Das wäre mal ein Bereich, wo wir sagen können, da kann der Markt gut und gerne auch entsprechend mal hinlaufen, um etwas Korrektur zu machen. Da wäre dann sozusagen dieser lila eingezeichnete Trend halt tief korrigiert. Das sind Dinge, die kann man dann sehr, sehr schön nutzen, um entsprechend den Markt rauszunehmen und ein Stück weit Korrektur zu handeln. Besser schaut es dann natürlich erst aus, wenn wir über diese 11.700 Punkte drüber hinauslaufen. Das wäre dann schon ein deutliches Umkehrsignal. Und da wäre es auch gegeben, dass die Woche entsprechend rumdreht, dass wir hier Stück für Stück auch die Woche dann wieder nach oben laufen sehen. Das heißt hier, wenn dann entsprechend dieser ablaufende Trend nach unten, hier das hier, wenn dieser rausgenommen wird, ja, dann ist der ja gebrochen. Und dann haben wir entsprechend ein Bild, wo wir hier wieder einen Aufwärtstrend haben, einen validen Aufwärtstrend, der hier die gute Chance hat, in den validen Aufwärtstrend der Woche, diesen großen grünen eingezeichneten, mit hinein zu laufen. Das wäre mal reiner Planungsbereich, der hier offen ist. Das heißt, das wäre dann eine Umkehr auf dem Niveau hier, wo wir es gehabt haben, bei knapp 10.600 Punkten. Das wäre so, würde ein Weg hier entsprechend auch nach oben mit ausschauen und das Ganze entsprechend in der Umkehr sozusagen traden zu können. Das heißt, da würden wir auch auf Wochenbasis eine Umkehrkerze sehen. Die haben wir jetzt bei weitem noch nicht. Wir sind jetzt weit, weit davon entfernt, dass wir schon eine Umkehr haben. Was ich hier mit diesem kleinen Einblick in den Chart oder in die Charts mit diesen zwei zusammenhängenden Zeiteinheiten einfach mal zeigen wollte, ist, wie geht es denn weiter? Wie plant man so etwas und wie kann man an einem Markt sehen und auch erkennen, dass er wirklich rumdreht? Und dann entsprechend die Handelsstile auch entsprechend anzupassen. Ich hatte ja hier schon das ein oder andere Mal auch Maßnahmen gesagt, wie man sowas antesten kann und wenn es dann läuft, wie man es ordentlich voranschreiben kann. Also das sind Marken, das sind Maßnahmen, die man ohne weiteres auch nehmen kann. Der Markt hier an dieser Stelle übrigens die letzte Bewegung hat natürlich auch noch einiges am Potenzial nach unten. Deswegen, wenn man mal sieht, einfach davon ausgeht, es gibt ja Trader, die rechnen auch mit solchen Dingen. Die rechnen nicht mit Fibonacci, sondern sagen sich, okay, wir nehmen jetzt einfach mal den Korrekturbereich, den wir hier habt haben. Das ist das, was ich hier grün kennzeichnet habe. Der war hier im Tief. Ich mache das mal kurz etwas größer, dass man es besser sehen kann hier an dieser Stelle. Wir hatten ja hier entsprechend den Tiefpunkt bei, wo war es gewesen? Das Tief hier unten hatten wir gehabt bei 10.584, wir hatten das hoch bei 10.986 und diesen Tiefkorrekturbereich setzt man häufig unten dran, um das Potenzial zu sehen, was so eine rein rechnerische Bewegung auch hat. Da ist noch einiges am Platz nach unten und wenn wir jetzt schon vorher hier rumdrehen, wäre das natürlich ein Zeichen von temporärer Stärke und da könnten wir dann davon ausgehen, dass der Markt auch etwas höher korrigieren kann. Wie schon gesagt, hier muss man dann schauen, wie das Ganze ineinander spielt. Planung für den Jahresstart, wenn wir hier diesen untergeordneten Abwärtstrend brechen, sieht es erstmal für eine tiefere Korrektur ganz gut aus. Dann könnte sich untergeordnet der Abwärtstrend bilden, wenn er dann über die 11.7 drüber hinausläuft, ist das dann denke ich ein sehr, sehr starkes Zeichen, dass der Markt hier ein Stück weit nach oben möchte und da können wir dann wieder mit Blick in die Woche Folgendes sehen. Wir haben dann wieder den Tagestrend deutlich nach oben gerichtet und wenn wir dann das Ganze in der Woche auch als Umkehr sehen, was wir dann sehr, sehr gut erkennen können, weil wir eine Umkehrkerze auf Wochenbasis haben, dann haben wir gute Chancen, dass der Markt hier ein Stück weit höher läuft und das Ganze dann hier entsprechend als Trading Opportunities mit nutzen können. Damit meine Ideen hier für die Beginnplanung im DAX für das Jahr 2019. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in die Fragen hinein. Auf GoTo sehe ich heute keine Fragen. Holger, Oliver, guten Morgen. Manuel, du fragst, ob es momentan eine technische Anbindung zum AdChina Trader gibt. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Wir haben momentan hier noch keine Anbindung zum AdChina Trader. Gut, damit ganz, ganz herzlichen Dank für die Zuschauer, die das Ganze sich hier anschauen, für die Live-Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich auch für alle, die das Ganze im Nachgang schauen. Morgen gibt es noch eine weitere Analyse und morgen schauen wir im edukativen Part natürlich auch einmal auf das Thema, wie stellt man denn so eine Jahresplanung an, wie geht man da am besten vor, wie macht man es nicht. Das zeige ich natürlich auch und dann schauen wir morgen natürlich wieder auf die Wochenvorschau für die kommende Woche und dann schauen wir uns nochmal die Indizes in Gänze an, beziehungsweise auch die ein oder andere Währung, einfach um mal zu schauen, was denn hier jetzt in den letzten Tagen und Wochen bei den einen oder anderen Charts gewesen ist, um hier ein neues, interessantes Bild zu bekommen. An dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank, einen entspannten Donnerstag für alle, die frei haben und für alle, die arbeiten gehen möchten oder müssen, einen guten Donnerstag. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, ihr Max Seidel. Bis dahin, alles Gute.